5 Sekunden, bereit machen, für Einsatz! Markiere einen Absprungpunkt, du führst deinen Trupp hinein. Das Gas weisen, weiter zur Sicherheitszone. Ich bin aber auch müde. Jetzt bin ich aber auch müde, sage ich. Letzte Runde hier. Aufklag, Markiere! Wo ist hin? Da? Ja? Hm, noch mal kurz. Da gehen aber ganz viele hin, da kann ich auch noch mal anders sein. Keine Ahnung, such mal mit aus. Hier ist ein Auftrag! Achtung, ein feindlicher Trupp macht Jagd auf euch! Ich bleib mal oben. Ich werd gejagt! Krass, jetzt schon. Wollen wir abbrechen? Warum, was los? Ich sag, Crossplay ist an. Hm? Ich hab ja gestern mit dem Kumpel von damals, die im 7 Modus gespielt sind, das beide am PC. Dafür musste ich's anmachen. Ich hab's vergessen wieder auszuschneiden, fett mich gerade ein. Jetzt gehen wir mir die Scheiße an. Was wissen wir auf dich? Ich hab keine Schlüsse gehört. Ich weiß nicht, glaub nicht. Boah, hier sind irgendwo Schlüsse. Auto markiert! Oh ja, scheiße. Shit, ich bin down. Die Schlüsse haben wir nach mir! Hä? Vorwärts! Das ist der Gulag. Hier drinnen kämpfst du, um wieder zu leben. Tore! Tore! Hefe! Tore! 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 Soldaten, ihr seid jetzt in meiner Arena. Die letzten zwei auf den Deinem können gehen. Gebt alles. Wer kommt, der genau das tut. Alle von euch sollte bald sterben. Sonst, ihr seid so erledigt. Entschließen, haben wir uns bei dem Kodak. Ein Geleger, Sieg um einen unwürdigen Gegner. Ihr müsst daraus, wenn ich Wacke durchhalten. Gehst du, sie alle kehren zurück. Ernsthaft? Was passiert? Na, warum? Müsste hochflittern. Ich muss doch, ich kann da hinfliegen. Einer hab ich geholt, aber hier ist noch einer. Das sind noch zwei. Ziemann, okay. Einer hab ich gedowned. Du bist auch dauernd. Ja. Ganz wunderbar, komm nicht rein. Ne, kommt eine andere, komm nicht rein. Sie hat eure Spur verloren. Ihr seid in Sicherheit. Sie ist auch eine Waffe, ne? Sie ist auch eine Waffe. Ach, der hat sich revived. Sogar mit der Pistole von hier oben. Ich dachte, der andere ist tot und der andere dann weg. Dann schieß ich dem hinterher und dann hat sich der andere revived. Ey, so scheiße dumm. Oh. 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 German? Wie viele gelöst. Ja. Bereit machen für Miedereinstieg. Was machst du das für einen Rund? Ich bin nicht mehr so. Ah. Markiere Auftrag. Eine feste Klasse des wichtigen Geheimdaten wurde lokalisiert. Sichere das Gerät und lade alle Daten hoch. Hm. Ein bisschen viel Geld, ne? Was ich brauche. Oh, ich hab zu. Na klar. Wie sieht man den jetzt? Was sieht man? Ja, jetzt hab ich's gestalt. Begebe dich zur Upload-Position und übertrage die Daten. Sie ist auf deiner Taktiker markiert. Ich muss sagen, wir brauchen nur den Kreis ablaufen, bis das Symbol kommt. Wir brauchen gar nicht die Gebäude einsam durchbülen. Wie viel Geld gibt's dafür? Ach, da steht's. 2 500 Holten. Mir fehlen da noch 100. Wir brauchen nur ein bisschen Geld. Kein Stress. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Hast du irgendwas, wo du sagst? Du brauchst auch für Black Friday, dass dein gutes Angebot kommt. Was hab ich, was? Hab ich was? Ob du irgendwas im Auge hast für ein Black Friday? Was, wo du mal guckst? Hm, nö. Haben gerade alles überlegt wieder. Da meine ich alles. Was ist. habe ich noch den store nähe direkt daneben die gegner so ist es zu früh nein So, jetzt hol ich dich erstmal, okay? Alter, schon wieder einer. Aber guck mal hier runter, hier sind noch die da runter. Ah, die ist echt geil, also die muss ich mir merken, ey. Ah, der Sniper. Welche ist denn das? Irgendein anderer. Nicht mehr in die Waffe. P90, PDSW oder wie heißt. Hier ist eine unten, ne? Da kommt ein feindlicher Mörserschlag. Upload beendet. Auftrag abgeschlossen. Pass auf, hier ist einer. Ich weiß noch nicht wo er ist. Da ist er drüben auf der anderen Seite. Da wo ich die anderen Beine getötet habe. Da hat er aufs Dach gekriegt. Da ist er. Der Schildbreak, direkt unter dir. Der Schildbreak, direkt unter dir. Pass hin. Der Schatz ist erledigt. Da hat er noch nicht mal genutigt. Du hast auch schon so einen Rucksack, ne? Ja, jetzt gerade willkommen durch ihn hier. Sehr gut. Hier drin ist noch jede Menge, ne? Hier ist noch so ein Rucksack. Hier ist ein Panzerungsbeutel. Der ist schon weg. Ich mach mal einen Testschuss. Okay. Hier ist eine Munition. Hier ist eine Munition. Hier ist eine Munition. Hier sind voll. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Willst du runterkommen? Wollen können wir uns einmal unsere Waffe kaufen? Ja. Und du hast nämlich das Geld. Guck's doch? Ja, ich bin hier. Guck's doch, warum uns einmal unsere Waffen kaufen? Ja, warte. Ich brauch nur meine. Die PDSW ist das. Soll ich noch Munitionskiste kaufen? Ich hab genug Munition. Ich hab auch noch 180er Tasche. 42er Tasche und 180er Tasche noch. Jetzt hab ich gerade richtig Bock bekommen. Die Runde hat mir jetzt voll Bock gemacht. Das ist eine Idee, wo wir hin können. Ne, aber da sind ja überall Ausrüstungskisten. Da sind wir immer zu so einem geilen Nebel laufen. Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. 400 Meter. Och, wir müssen hier oben lang. Hast du eine Drohne oder sowas? Nein, ne? Nein, gar nichts leider. Noch ein Kreze. Guck mal, die Lodis sind schon weg. Wir gehen weg hoch? Die ist echt geil, diese PDSW. Die liegt echt gut in der Hand. Ich weiß nicht, wie gut die aufentfernt. Hier ist ein Feind. Er heilt sich. Der gibt jetzt hohe. Er hat auf einen gezielt, ne? Mhm. Auto kommt, pass auf. Er ist ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen. Ich geh da vorne hin, auf den Berg. Der muss hier irgendwo sein, ne? Der ist hier eingestiegen, oder nicht? Der ist hier eingestiegen, oder nicht? Einer ist gerade gestorben. Ich bin ausgelöscht. Sieh mal ausgelöscht. Boah, ich hab jetzt irgendwie 500 Fuß und voll viele Platten und so mit. Clusterschlag, Selbstwiederbelehrung. Hab ich auch. Gasmask, glaub ich, auch schon. Ich finde noch ein Tobi-Kit. Kann man noch ein Wiederbelehrung mitnehmen? Noch ein zweites? Du kannst 5 mitnehmen, wenn du willst. Das ist ja auch geil. Du kannst auch 5 Gasmasken mitnehmen. Da hast du mir letztens doch immer erzählt, ne? Ja, die gehen zusammen kaputt. Hier ist noch ein Heni, ne? Aber... Scheiß mal drauf, ne? Das wirkt ja ganz gut so. Du bist das, ne? Ja. Gegner, vor mir. Ziel gesichtet. Okay, komm, warte, warte, warte. Der hat mich gar nicht auf dem Schirm. Das war gar nicht mehr mit dran. Ziel in der Luft. Und weil wir mehr auf jeden Fall bereit. Und weil wir mehr auf jeden Fall reiten. Das ist schon krank. Ah, die ruffelt so extrem, ich verliere das Ziel immer aus dem Auge. Das ist krass. Das war schon... Das ist unfair. Das ist so krass, wenn das Ziel ein bisschen weiter weg ist, ich verliere das immer aus dem Auge. Ja, weil es ein MP ist, ne? Ja. Dafür ist sie nicht gemacht. Nein, das war nicht die MP. Das war die... die... Ähm, 4. Achso. Ich verliere das... Das huppelt so extrem, dass ich immer... Das Ziel nicht mehr sehe. Ne, meine nicht. Also ich weiß mittlerweile genau, wie deutlich ich den rechten Stick ein bisschen runterziehen muss. Da bewegt sich nicht mehr so viel dann. Da bewegt sich nicht mehr so viel dann. Ich muss auch die Camper hier aufpassen, wenn wir hier bist und so, ne? Das Gas leert sich dir. Bei uns, zwei Stürz. Attention! Dieser Sektor ist zum Kämpft. Die wissen nicht, dass wir da sind. Geht jetzt in die Sicherheitszone. Hier unten. Ziel, gleich hier. Bereit? Ja. Ja. Mit der letzten Kugel hab ich ihn geholt, ey. Das ist schon... Oh. Wollen wir ihn beschossen? Ah, von vorne gesnipern, ne? Ja, irgendwo da. Uh, der war böse. Aber wieso sehe ich denn kein Licht im Horizont? Wir müssen doch das Visier sehen. Die Zone kommt von hinten. Aber wir müssen jetzt runter, ne? Ja. Ich glaube... Wollen Sie sehen, wo? Ich glaube, von dem Haus. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich habe ihn markiert. Ich habe einen KC rauf gemacht. Einer ist K.O. Hier liegen welche. Wir haben hier auch Party bei uns. Ja. Hinter uns. Wir sind oben drin. Da kommt ein feindlicher Mörserschlag. Wir müssen jetzt kommen. Nein. 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 Auch nicht hin. Lauf weiter. Ich ziehe durch. Danke. Er ist schussbereit. Der ist hinter dir. Der ist hinter dir. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Nun zu deinen Freunden. Hast du einen low? Rechts von dir. Er ist erledigt. Der Schillbreaker ist down. Er ist finished. Cool, cool. Alter, das ist eine krasse Wunde, ey. Ich hab den grad verhört, ne? Nach dem... Ja, hab ich gesehen. Das war schon... War geil. Aber auch ein bisschen risky, aber ich hatte Bock. Brauchst du Platten oder sowas? Hier ist eine Gasmaske. Ne, hab ich... Hab ich alles. Platten hast du auch, ne? Ja, Platten nehm ich nochmal mit. Ich hab ein bisschen Platz im Rucksack. Also ich hab jetzt gerade welche mitgenommen, ne? Der Feind springt über dem Gebiet ab. Feind näher sich. Auf den Himmel achten. Hinter uns. Da oben. Feind in der Nähe. Das Gas kommt näher. Das heißt, er holt sich seine Waffen wieder, wahrscheinlich. Da läuft er. Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone. Da ist der Zeit. Oh, haben wir. Sorry, hab ich abgegriffen. Ach, Obstache. Wer sind killen die? Hast du den gesnipert? Ja. Oh, hier ist Ausrüstung. Lodi. Oh, hier sind die Häuser. Wollen sie da ran? Ne. Geist oder irgendwas? Ne. Aber trotzdem ist das ein hoher Punkt. Der ist nicht so verkehrt, ne? Das ist mal nicht zu früh vorne an den Berg ran gehen. Da wollen wir dann doch kurz ran. Dann müssen wir jetzt eh hier. Da müssen wir die Waffen wieder suchen. Weil ich bin ganz zufrieden, wenn ich mit meinen Waffen bin. Boah, hier hinter mir. Ja, weiß ja. Ziele im Gebiet. Sie durch. Oh. 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 Ich muss das Ding und dann kreisgedrückt lassen. Ist auch krass. Ja. Lass mich aufs Dach. Wir lassen uns ein bisschen ruhiger spielen, ne? Das ist eine krasse Runde gerade von uns. Ja, ja. Ich versuche hier aufs Dach zu gehen. Gehen lieber, ist ein höheres Dach. Ich bleib hier erstmal sitzen und gucke mir nur die Berge an. Ja. Es sind viel zu viele Häuser, um die hier zu facen. Ja. Ja. Gucken wir auf die Mini-Karte. Von jedem Scheißhaus könnten wir gesehen werden. Das ist viel zu doll. Du verlierst an Boden. Was habe ich hier täuscht? Da rechts. Ah, da am Fanstein. Das Team hat die Sicherheitszone betreten. Weil der pusht uns nicht mehr. Oder wir gehen unten rein. Oh ja, ich muss rein. Ich wurde von woanders beschossen. Von rechts. Das sind wir getrennt, ne? Das ist natürlich scheiße jetzt. Wer weiß. Ich bin jetzt im ersten Stock hier. Siehst, kannst du hier zu mir gucken, ne? Weil du zu weit unten bist, ne? Na, ich guck mal. Ja, ein bisschen. Sicher, ich werde hier drüben beschossen. Ich bin voll drin. Vordere Luftschlag an dieser Position an. Ich habe keine Platten mehr. Kack. Ich komme zu dir runter. Ich habe genug. Ja, ja. Komm. Oh, ich habe ihn. Mit dem Luftschlag. Treffer. Erledigt. Egal. Nice. Wie kommt man hier hoch? Außen oder innen? Nice. Oh, ich habe auch nur noch eine Platte. Ne, drei. Vier habe ich noch. Das Gas kommt. Rauche Panzer rum. Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. Ich habe hier Panzer rum. Dinger. Scheiße. Danke. Sind drin hier, ne? Also kann man hier noch hoch gehen, ne? Das war das Haus. Da kannst du nur von außen führen. Von der Leiter, ja. Ja, ich... Aber... Ich will auch gar nicht oben rauf, ehrlich gesagt. Aber von oben kannst du rein. Aber von oben siehst du auch 360 Grad gesehen. Das ist keine Deckung. Naja, ne. Da war ja so ein Haus in der Mitte. Ich bin gerade nach oben auf dem Weg. Bin jetzt oben. Bin jetzt oben. Ein Platz unter den besten 10. Gut gemacht. Das Gas kommt nicht. Neue Sicherheitszone wird markiert. Die zwei am Fenster ist einer. Vergesst das. Unten läuft einer. Ja. Da ist noch einer unten. Ich empfehle die Sicherheitszone aufzusehen. Boden am Fenster ist auch noch einer. Es ist noch ein weiter Weg. Rotzone moved. Oh, die moved heftig. Und schnell. Ja. Wir müssen jetzt move'n. Scheiße. Hinter uns. Ihr habt jetzt unter die Benz 5. Und links auf den Haus. Beende den Job. Das Gas nähert sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Das Gas nähert sich dir. Ihr seid weit von der Sicherheitszone entfernt. Ihr solltet jetzt starten. Habe ich sie hier auch gekriegt? Mh. Mh. Nein. Der ist hinter mir. Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone. Oh krass. Aber die musst du holen ey. Geh irgendwo aufs Dach oder so. Ne. Ah verkackt. Nur noch 5. Warte. Oh nein. Shit ey. Ah, die Runde war krank. Ich wollte einen Moson move machen. Der Moson 1 oder so. Kannst du hier nicht. Das drehen. Das muss nicht. Oh, das ärgert mich jetzt. Die hätten wir gewinnen müssen. Wir waren zu zweit. Ja. Aber ich war halt ganz oben und was unten. Also waren wir eigentlich doch jeder alleine einmal. Beste war so eine Runde die ich bisher hatte mit dem Körper. Ja. 30.000 EP ey. Na ja, ob ihr die Kills gehabt oder nicht? Ja. Neun und zehn Kills hatten wir glaube ich. Druck mal dreieck da siehst du es. Ja. Elf und neun. Was hast du jetzt gehabt? Ach Alter. Ja. Aber du hast mehr Schaden an sich. Das war nicht schlecht. Nur geil. Das habe ich Bock. Es kommt noch eine machen. Luke. Ja. 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 Vielen Dank.